Ja, hallo, es ist wieder soweit. Silvester steht vor der Tür. Und... Oh, wer bist du denn? Hallo, ich bin die Eva. Ach, die kenne ich. Die ist ausgebrochen. Okay, dieses Jahr Silvester mit Eva und Ralf Zylix ist dabei. Bei dem ganzen, ganzen Treiben, was hier stattfindet, seid ihr natürlich auch dabei. Was ist denn hier los? Was machst denn du hier? Ich habe überhaupt nichts. Ihr habt hier Alkoholverbot. Was ist denn das, Ben? Was hast denn du hier gemacht? Ich habe Glühwein gemacht. Nils, ähm... Was? Was hast du jetzt gemacht? Hat mir immer eine Flasche geschnauert. Oh, Entschuldigung. Das ist meine Flasche, du kleiner Dito. Nur noch eine halbe Stunde. Noch nicht mal... Noch nicht mal eine halbe Stunde. Wir müssen jetzt ein bisschen Mucke auflegen. Legt euch jetzt mal Mucke auf, Schatz. Mucke! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das Leben in you. Red sky under the sun. You know what I mean, don't you know? Oh, butterflies, eleven fun. You know what I feel, don't you know? See peace when it ain't sun. You know what I mean, Now this old world needs a new world. Now this old world needs a new world. This is on me. I need some more years. You know what I mean, Musik I'm the first I see you inside You are the one I need Now if you are the one you know where the one you can go and go and go and go The one you can go The one I need you to fight You're there, and you're gone I don't feel the one you can go and go and go and go to me Das war's für heute. Das war's für heute. Drei, zwei, eins. Ja, wir sind hier gerade am Zündwerk zünden. Was? Das ist eine riesen Batterie hier. Die geht jetzt ab. Das ist eine Wissenschaft für die Luft hier. Hallo. Wir stehen hier live im Klau. Hier ist Ben aus Berlin. Karte und Ralf zum Zugestellten aus Berlin. Hier ist es nicht so in Berlin. Berlin ist total toll. Alles ist wirklich wunderschön bunt. Alles ist pünktlich zu Silvester gestartet. Ja, wow. Alles gut für 2013 von Berlin. Silvester 2000. Und der Rani, der brennt das Ding jetzt hier an. Und der Rani, der brennt das Ding, der brennt das Ding, der brennt das Ding, der brennt das Ding. Was ist denn ein Angels? Was ist denn Ein-Fang-Song? Was ist denn ein Angels? Was ist denn ein Angels? Was ist denn ein Angels? das funktioniert. Sobald du ihn dran hältst, geht er nicht mehr. Scheiss-Karma! Ja! Scheiße! Hallo, darf ich Sie ansprechen? Natürlich dürfen Sie mich ansprechen, warum nicht? Ähm, ich bin hier vom, vom, von RTL und... RTL? Nein, wir sind aus der... Ich bin hier vom Krankenhaus und sie sind entflohen und sie werden abgeholt und da kommt ihr Auto, ihr Auto, da kommt ihr Auto. Da! Ihr Auto ist da gerade vorbeigefahren, das war Ihr Wagen. Na doch, das ist ja traurig. Ja. Ich hab mich verletzt. Ich hab mich chronisch verletzt. Chronisch? Ja. Okay. Dann ist meine Verletzung. Hallo, Leonie. Ja, Leonie ist jetzt gerade im Vlog zu sehen. Ich will Leonie auch noch mal grüßen, live auf dem Vlog. Ja, die möchte, die möchte... Ja, ja, wir filmen gerade jetzt an. Ja, der, der, der Reine möchte mit dir auch noch mal sprechen. Möchte mit Reine auch mal sprechen. Alles gut, äh, Schatzi. Ist jetzt schon mal eine halbe Stunde, zwei, eine halbe Stunde vor, äh, zurück, ne? Aber, ne? Ich geb dir mal eine Reine. Ja, Schatzi? Okay. Hey. Leonie? Komm her, dann setze ich hier den Schatz. Ja, los, komm. Hi, ich bin's, Reine. Wir haben uns zwar noch nie gesehen, aber wenn wir uns mal sehen würden, dann... Aber dann. Dann würden wir uns mal sehen, einfach, unten auf dem Kaffee. Ja, guck mal, guck mal, das Bild okay ist, naja. Gut, ich hab wieder was getrunken, ne? Schnitt! Aber egal. Schöne Grüße, also, wie feierst du eigentlich? Okay. Bist du, bist du gut reingerutscht? So, jetzt, jetzt bin ich auf Video, also, ich wünsche dir ein schönes, äh, Weihnachten, äh, neues Jahr, äh, Leonie, ne? Nochmal. Ostrakon ist A, der rechte Hodensack von Heinrich den Fünften. B, der linke Hodensack von Heinrich den Fünften. Oder C, der mittlere Hodensack von Heinrich den Fünften. Der, die das Ostrakon, könnte folgende sein. Also, die richtige Antwort ist... A, eine altgriebe Schreibtafel aus Hodensack von Heinrich den Fünften. Ja, 2013 haben wir jetzt, wir haben es geschafft. Äh, geht's dir gut? So ein bisschen. Okay, das ist vorbei. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, äh, ja, Martin. Rutsch nicht aus. Keoman02, ich grüße dich, äh, und Leonie. Hey Leonie! Achso, wir haben ja vorhin telefoniert, das haben wir ja auch. Wir haben telefoniert. Ja, und auch cool zusammen. Ja, Voodoo-Pants, du siehst das vielleicht auch. Ja. Chris Gondorf. Natürlich, ich muss das auch noch sehen. Ja, du siehst das auch, ne? Also... Du schreibst sofort das erste Kommentar. Du schreibst das erste Kommentar, ist interessant. Cool, danke, Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür. Danke, dass du jetzt geschrieben hast, ne? Ist so schön, guck mal. Oh, guck mal, da steht da schon, das Kommentar. Da steht er schon. Cool. Na, ich werde ihn gleich beantworten, ne? Noch an die anderen Abonnenten und alle, die ich kenne, die mich abonniert haben. Die Abonnenten. Die abonnierten Abonnenten. Äh, ja. Von diesem Vlog-Kanal, der immer noch geschaut wird. Der immer noch geschaut wird. Dann... Tschüss. Der rechte Hodensack von Heinrich den Fünften. Der rechte Hodensack von... Heinrich den Fünften. Das ist ein schönes... Ein Typho-Gott. Tja. Auf Wiedersehen. Schlaf gut. Gute Nacht.